Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Battlefield 4 Online Multiplayer von den APGA Gaming Pros. Natürlich, wie immer mit dabei, unser kleiner Nougat Kevin. Ja, hallo, ich bin's, euer Kevin. Meine Hose ist wieder voller Schwarz. Und jetzt geht's los. Du bist auchän, bist auchängrid Kennsteins einfach so, falsche, falsche Töne machen. okay warte ich merke dass ich nicht fahr what the fuck irgendwer irgendwer anders hat dieses boden und ich dachte bis eben gerade dass ich das noch fahr weiß ich mein das ist nicht okay so eigentlich weiß ich bin koppel aber weißt du diese map gibt geht eigentlich ab weiß noch wo du alles gerissen hast hier so was los mit euer leben was los hier bruder ich nehme ein ok schwester aber mal im ernst geht dir das nicht auf den sack dieses bruder geht dir das nicht auf den sagt dieses bruder manchmal gern aber ich habe mir überlegt zu allen kusen dritten gerade zu sagen so weißt du was geht ab kusen dritten gerade ist alles klar bei dir und so weißt dies dass man die händige candy einfach so werter sagt dieses schreiben das muss nicht mal sinne geben hallo bruder wir schreiben deutsch arbeit deutsch arbeit mal arbeit kabe dann weiß ich meinst du auch für mich noch wieder umdrehen ach du scheiße was ein bisschen du kleiner kannst mal an meinen stange saugen 80er durchmesser 400 länge schwanz lutscher messing ich bin aus dem heli rausgegangen falsche männer gelandet haben habe ich dabei umgebracht weil ich geil bin ja dann kommen wir zu dem nach wenig für euch mal runter ich bin sogar eine orte steht irgendwas auf chinesisch kann kein mensch lesen ich finde es eigentlich unfair dass diese schiene als Weltmacht ansehen weil das sind doch auch nur menschen mit Katzenaugen oder Katzen mit mit Händen Augen ja oder einfach nur so ein paar Goofies wir haben wir haben alles Motherfucker Conquest Service Star ich gebe ihm 10.000 ab ab zu eurem auch was los mit euer Leben die Wollt B klauen Köln einem Lärmst Q du dich komm mal bei Dingen bei B wollen die uns klauen ich schwör dir was los mit dem sein Leben ich komme komm mal helfen wir mal ein bisschen diesen so da sind sogar zwei Stück oder so ja ich bin doch mal unterwegs ja ich meine ja nur Mann weißt du weil bei dir du sagst ja immer ja ja ich hab's letzten schon erwähnt du bist wie Patrick Star du sagst ja 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 und dann dauert es 20 Jahre und ich frage so Pierre wo bist du ja ich komme ja ich war auf der anderen Seite der Map ich muss da erstmal zu dir laufen mal diese Ausreden kennst du das ja nein geht doch nicht ich war ganz woanders ja mein Leben ist hart du hast ne harten vielleicht ja du hast ne harten vielleicht ja oh ich wollte ihn heal und hab gemerkt dass ich auch mal C4 in der Hand hatte kann man damit ein bisschen healen nein ich glaub nicht so geht schon Explosionsreanimation Schockreanimation wo seid ihr Affen Mann ja guck mal diese ich bin unter dir ich bin unter mir bist aber ich weiß nicht wie ich hier hochkomme ja du musst doch gar nicht hochkommen du musst runterkommen man kennst du diese mit Physik und so das ist von Höhe so weißt du man sagt auch Fallenergie Fallenergie und kommen wir gehen mal zu AA ja wenn ich wüsste wo du bist weißt du unten Mann ich sehe nur noch ah doch da ist er doch da ist doch der Pimmel hier so hallo schönen guten Tag der Herr wir gehen jetzt zu AA und hat's gemundet ja das mal was Klaus Maus ich werde jetzt keine weiteren Wörter dazu erfinden die sie schreiben nein doch doch das entspricht nicht meinen Grundprinzipchen du hast keine Grundprinzipchen natürlich hab ich Grundprinzipchen nein generell rede ich schon mal nicht mit behinderten Leuten ok du hast recht ich hab keine Grundprinzipchen uuuhh gegeben hab ich ihnen diese ok P1 hab ich weggedownt bis ich gemerkt hab dass hinter mir einer steht ok diese Insel ist verseucht von diesen keine Ahnung wie nennt man diese Teile ungeziefer ah fuck wo war das denn durchliegen dieser Schwanzlutscher lassen wir mal bei Bs bauen wir ficken die bei A bei A bei A die kommen zu 3 zu A rüber die A zu B rüber ja und scheiß mal drauf B haben wir das ist kein Ding weißt du wo kam ein Ding ey ich hab noch Ding slapping dildo weißt du geht alles klar slapping dildo ich bin gut drauf weiß was wir sollten mal Kaffee zusammen trinken weißt du nein doch Gegner ich hab dir mit dieser ich bin vor allem vor allem vor allem ich bin ein paar über mir über mir über mir gehen über mir wo sind über mir auf dem Dach ich sehe schon ein Holster komm wir gehen da jetzt einfach hoch und zerstören seinen Arschloch ich bin hinter dir das kann gar nicht schief gehen das kann gar nicht schief gehen weißt du was ich mein nein da hat er noch ein Leben und dann bin ich gestorben er ist tot kannst du mich irgendwie reanimieren ne du hast du nicht ich hab schon servier ey hier liegt ein Spawnback der müsste hier gleich spawnen wenn er spawnt kill ich ihn einfach das ist so unfair und mies lass mich hier oben bleiben ja ich will die Leute bei R töten deswegen richtig miese Strategie immer diese Arschloch Strategie was warst du eigentlich zu COD hast du schon Gameplay angeguckt? ja Gameplay ja aber noch nicht gezockt und was sagst du so ja das ist so das ist kein schlechtes Spiel aber man kann sagen er ist ein mieser Spiel gell was nein da ist Gegner unten ah da ist noch einer unten hab noch elf Leben ey Gameplay versteck dich komm komm ok passt alles frech alles frech weißt du frech wenn wir schon mal hier sind ne da kommt ein Heli weil die Spawn nehme ich hier da wette ich wieder drauf da kommt ein Heli Chopper ja will ja nichts sagen aber der will uns rapen das ich gedacht Koma das ungeziefer bei Arne gehen wir mal hin neulich einer Kerl kann das Ding irgendwie markieren hast du so ein Ding hast du so ein Ding nein doch habe ich da man kann ja nicht mehr in sein Leben markiert Lolle haben wir uns nicht die Raketen hat er nicht ja das dort da und ich bin nicht so oft da liegt das eine leichter und ein sorry buddy das war ein anderer aber das heißt warum ihr seht alle gleiche aus probleme sowas gegner und strand an land an land sagt mir wo kämpft läuft er dann land und land er kommt ich zähl ich hier da wo man mit dem wasser das neil der wasser ich habe die markierte und was auf das neil das neil das neil dauernd hier da wo die konnte kommen wir das in am wasser das zwei stelle ich nehme es dabei und ich weiß nicht ob jetzt weg da hinten an diese zeichnung als strandkoppelte diese aussichtsplattform sporn mal bei mir mal ich bin 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 ich bei mir fast mich schon wieder ja ich verweilbar weil ich will die typen bei der killen will mann und es kann nur so voll falsch er hat sagen wir mal diese richtige weg mann bei a mann aaa okay bei a und die sind dann nicht mal ich werde die am hodenkrebs bekommen da wo das da war nicht vorhin da wo ich gerade wenn man das jetzt Richtung B gelaufen sind weißt du ich mein wir haben alles bis auf die verlieren gerade hardcore schnell tickets kommen wir mal jetzt popo sex lauf nicht weg baby die sind ja doch ist mir nicht verarscht ich gehe links du gehst rechts ich habe ein warte ich mein kaputt alle hey bleib stehen du homo alter witz und jawohl gp fahr mal so mcgiver mäßig mache ich uns selbst schaden weil ich schieße uns gerade selbst an äh wie erlebst du noch ja bist du eigentlich ein guter battlefield spieler oder kann man sagen du bist scheiß geht so also und du als unbeteiligter zum thema intelligenz was sagst du da hm jawohl ich bin tot ich bin tot Pierre was sagst du als unbeteiligter eigentlich zum thema intelligenz nicht viel ok warum weil du auch schwarz bist ok ja das leuchtet ein ich mag hier den schwulen chopper bin tot aber ich mache es jetzt ohne einsatzteam charlie ist jetzt unter unserer kontrolle guck mal ich mag hier den heli ich mag hier den heli ja geil wenn ich den markier krieg ich so Punkte na wenn er dann halt zerstört wird ja aber das Problem ist gerade das fängt an zu regnen ja und keiner hat gerade bock den nimmer abzuknallen weißt du weil es Affen sind ja because there are apes mit dingen ey warte ich markier den wieder und markiert der schießt auf uns ja aber der kann nicht fliegen oh der macht den unfall geil ich habe ihm markierungen gegeben wenn wir machen wir müssen haben wir haben und sie für die nun müssen wir im Jahr im Jahr mit einem Mann aber auch vor Ort und der die mit ruder 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 verdammt ich habe sie hier in die Luft geschmissen wollten zerstören hat mich selbst getötet hübsch er war es was sind es ist jetzt schon wieder lustig er hier wir wir machen wir geben er er wird er ist kann ich er mann er kommt auf die Fiegel nicht der Barstow man braucht und immer ich stelle mich auf die strafe schade dass man sich hier nicht so voll mit voller wucht zu schmeißen kann weißt du um vor allem er was war das jetzt warte fahrt gtk huren pissen Pimmel da unter der Brücke links dieser Penner das ist ein Obdachlos und unter der Brücke links ist das ein Obdachlos gibt für mich zum einen Verfolgung er ist Obdachlos ist er auch aber der Naka 47 keine Ahnung wo er die bekommen hat naja genau da unten irgendwo musst du aufpassen der sieht aus wie die Brücke man weiß gar nicht wer die Brücke ist und wer der Typ ist der tatsache immer damit so ok ok so hat er nochmal Glück gehabt ja dass er schon tot ist sonst hätte Pierre ihn jetzt von hinten genommen Pierre hättest du doch oder sei mal really jetzt komm genommen warum kann ich den jetzt nicht markieren ach sei's drum wir sind gut drauf ja wir habe hier 290 Tickets knapp der Gegner hat 70 also läuft doch läuft oder läuft läuft man läuft läuft ja gut verdammt kann sein dass gleich nicht mehr läuft bei der Gegend alles nimmt Egal der Huern sonst D verteidigen wir mit unserem Leben ok komm wir gehen in dieses Haus und machen ein bisschen Gangbang hier und da kommst du mit ok ja so ich wollte eh schon mal gucken was da eigentlich alles so drin ist so wir kommen rein und was fällt uns direkt auf Karton Schwarz Karton was steht hier Pierre ey nicht kaputt machen äh äh sniping Fragile ähm ähm egal ich hab ihn hey die Boas warte ich mach diese Eingangstür weg what ich wollte nur helfen sag mal ich diese ah ich hab ja nix ok du hast keine Explosivieren Dingen Teile hast du nicht diese viereckigen Dinger die explodieren Omas Plätzchen für Feinde alter bei dir ist schon wieder Flugzeugabsturz egal so Oma hat immer Plätzchen gebacken für Leute die sie nicht mochte explosiv die Dinger sahen aus wie C4 kann daran gelegen haben dass es C4 war aber naja Oma hat nie viel über ihre Rezepte gesprochen Jungs ich seh keine Gegner mehr man das sagt voll ab so scheiß egal wir gewinnen ja wir haben Spaß beim Gewicht ey da ist ein Boot Boot das Boot kommt mich doch nicht treffen hab mich schießt die Buster dann noch raus aus dem Schiff wenn ich mal spawnen darf ich schieß die Ruhe an Söhne die ganze Zeit ab mit ich bin ich bin echt bei mir bringt es sogar nix Ardentententurland getroffen diese Penis Kinder wollen uns diese Flagge klauschen wird verabschossen wurden von dem hallo hallo ich mag hier den Wechsel wenn man nichts ach der hat Angst bekommen weil ich ihn markiert hab geil schon ist er abgehauen der Judas soll sich mal verpissen ja wir können ja sagen what the fuck oh ne ist schon wieder so ein scheiß Chopper ohne Spaß was wollt ihr von uns was wollt ihr von uns seid ihr jetzt hart ja ja die wollen uns kann man dem nicht sagen dass er mal bitte woanders fliegen soll Mann der werte Herr Helikopterpilot würden sie bitte woanders fliegen um uns nicht nein ja 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 darauf erstmal ein Schluck Wasser oder nö nein du willst ja du willst doch Wasser trinken ab jetzt hab ich gehört nein nein das wollen ja noch du hast ja doch das machst du Alter wo bist du hin noch einmal hier machen wir sie waren diese Wand kaputt was helfen warte mal warte mal die die Treppe ist doch nicht auf oh nein wir wollten doch grad hier Baumanager spielen verdammt let's play Baumanager in Battlefield 4 also das muss weg diese Wand muss weg Sir das ist ne Frage ja ok diese muss weg egal da würde ich sagen das war's wieder mit der Folge richtig fresh oh was hat euch gefallen ich hab richtig krass kassiert an Punkten oh Junge aufgestiegen was geht ab ja Kevin wir werden jetzt bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal haut rein